Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja, ich habe 20.000 Dollar im Februar Bis Sie in der Schweiz gewesen sind? Ja, in der Schweiz, ja Ihr Wunschberuf? Traumberuf als Kind? Nein, ich habe keinen Sie haben keine Träume? Nein Sie denken viel darüber nach, ob Sie bleiben dürfen Wie interessieren Sie, wie viel eine Schnupper? Ja, Sie sprechen ganz, ganz schlecht Deutsch Ja, das ist schwierig Vielleicht Wie viele Antworten sind zurückgekommen schon? Sechs Sechs Absagen In 25 Wochen müssen Sie eine Lösung haben Dann ist die Schule fertig Sie sind in die Schweiz gekommen, weil ihre Mutter gestorben ist Aber wenn ich sehe, dass Leute in ihr Unglück laufen Dann darf mir das nicht egal sein, sonst bin ich wirklich an der falschen Schule Manchester United Die haben schon ein paar Mal die Champions League gewonnen Und gestern in Basel, da hat Basel gewonnen Und Basel ist immer noch im Wettbewerb dabei Und Manchester ist draussen Natürlich sind Sie der FC Basel Natürlich sind Ihre Voraussetzungen schlecht Aber glauben Sie doch an Ihre Chance Nehmen Sie diese Chance Dann schaffen Sie etwas, was niemand glaubt, dass es möglich ist Also nehmen Sie das erste있는 Text Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020